Der morgendliche Komplex Surya Namaskar Ausgeführt von Eugen Minz Stil Klassisch Geschwindigkeit langsam Drei Runden Wir stehen gerade, Hände zum Namaste Ausatmen, nach oben ausstrecken Arme oben, einatmen Ausatmen Runter gehen, nach unten ausstrecken Hier langsam ein- und ausatmen In den Knien durchstrecken Einatmen Rechts zurück Langsam ausatmen Einatmen Ausatmen In den Hohen zurückgehen Arme ausstrecken Kopf tiefer runter Kopf tiefer runter Hier einatmen Ausatmen Runter gehen, Brustkorb, Kinn auf den Boden Ellbogen nähe an den Rippen Ashtanga Namaskar Ashtanga Namaskar Nach dem Ausatmen Atem einhalten Einatmen Einatmen Langsam ausatmen Langsam ausatmen Einatmen Ausatmen Zurück in den Hohen Zurück in den Hund Etwas nach vorne steigen Arme durchstrecken Beine durchstrecken Schultern tiefer runter Einatmen Einatmen Nach vorne steigen Langsam Ausatmen Ausstrecken Einatmen Linker Fuß vor Uttanasana Beine aufstrecken Kopf nach unten Einatmen Hoch Arme nach oben Leichte Durchbiegung Nach hinten Körper durchstrecken Langsam ausatmen Und die Arme runter Hier ein Und ausatmen Langsam einatmen Die Arme nochmal hoch Nach oben Nach oben ausstrecken Und leicht zurückgehen Kopf schaut nach oben Ausatmen Uttanasana Kopf zu den Beinen runter strecken Die Arme greifen die Waden Wir gehen näher ran Knie durchstrecken Knie durchstrecken Einatmen Linker Fuß zurück Durchstrecken Langsam ausatmen Ausatmen Und langsam ausatmen Ashtanga Numaskar Fußspitzen Knie Brustkorb Arme und Kinn Auf dem Boden Auf dem Boden Komplett ausgeatmen Dann wieder einatmen Hoch Mit den Armen höher strecken Der Blick ist nach vorne gerichtet Der Blick ist nach vorne gerichtet Ausatmen Nach hinten gehen Den Hund 5 bis 10 cm nach vorne steigen Im Hund durchstrecken Die Handflächen haben festen Kontakt zum Boden Einatmen Links vor Durchstrecken Langsam ausatmen Hier nochmal Ein Und ausatmen Einatmen Rechter Fuß ran Uttanasana Beine durchstrecken Kopf tiefer runter Hier ein Und ausatmen Langsam einatmen Hoch Ausstrecken Von den Fersen bis zu den Fingerspitzen Den ganzen Körper durchgestreckt Und langsam ausatmen Arme zum Namaste In der geraden Position Ein Und langsam ausatmen Wir stehen gerade Einatmen Ausatmen Nach oben Ausstrecken Arme oben Einatmen Ausatmen Und langsam ausatmen Und ausatmen In den Knien durchstrecken In den Knien durchstrecken Einatmen Rechts Zurück Langsam Ausatmen Einatmen Ausatmen In den Hohen zurückgehen Arme ausatmen Arme ausstrecken Einatmen 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 Zurück in den Hund Einatmen Zurück in den Hund Einatmen 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 Die Arme Einatmen 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 Linke Fuß zurück Durchstrecken Einatmen Und langsam ausatmen Nach Stangen Namaskar Fußspitzen Knie Brustkorb Arme Und Kinn Auf dem Boden Komplett ausgeatmet Dann wieder einatmen Hoch Mit den Armen Höher strecken Der Blick ist nach vorne gerichtet Ausatmen Ausatmen Nach hinten Gehen Und 5-10 cm nach vorne Steigen Im Hund Durchstrecken Die Handflächen Haben festen Kontakt Zum Boden Einatmen Links vor Durchstrecken Langsam ausatmen Hier nochmal Einatmen Und ausatmen Einatmen Rechter Fuß ran Uttanasana Beine durchstrecken Kopf tiefer runter Hier einatmen Und ausatmen Langsam einatmen Hoch Ausstrecken Von den Fersen Bis zu den Fingerspitzen Den ganzen Körper Durchgestreckt Und langsam Ausatmen Arme Zum Namaste In der geraden Position Ein Und langsam Ausatmen Wir stehen gerade Einatmen Ausatmen Nach oben Ausstrecken Arme oben Einatmen Ausatmen Runter gehen Nach unten Ausstrecken Hier langsam Einatmen Und ausatmen In den Knie Durchstrecken Einatmen Rechts Zurück Langsam Ausatmen Ausatmen In den Hohen Zurück gehen Arme Ausstrecken Kopf tiefer runter Hier Einatmen Ausatmen Runter gehen Brustkorb Kinn Auf den Boden Elbogen Nähe an den Rippen Ashtanga Namaskar Nach dem Ausatmen Atem einhalten Einatmen Hoch Langsam Ausatmen Einatmen Zurück In den Hund Etwas Nach vorne Steigen Arme Durchstrecken Beine Durchstrecken Schultern Tiefer Runter Einatmen Nach vorne Steigen Langsam Ausatmen Ausstrecken Einatmen Linker Fuß Vor Uttanasana Beine Ausstrecken Kopf Nach unten Einatmen Hoch Arme Nach oben Leichte Durchbiegung Nach hinten Körper Durchstrecken Langsam Ausatmen Langsam Und die Arme runter Hier ein Und ausatmen Langsam Einatmen Die Arme nochmal hoch Nach oben Ausstrecken Und leicht zurück Gehen Kopf Schaut nach oben Ausatmen Ausatmen Uttanasana Kopf zu den Beinen Runter Strecken Die Arme Greifen Die Waden Wir gehen Näher ran Knie Knie Durchstrecken Einatmen Linker Fuß Zurück Durchstrecken Langsam Ausatmen Hier Einatmen Ausatmen Rechts Zurück Hunde Versen Leicht nach Außen Drehen Im Hund Durchstrecken Kopf Tiefer Schultern Tiefer Einatmen Und langsam Ausatmen Ashtanga Namaskar Fußspitzen Knie Brustkorb Arme Und Kinn Auf dem Boden Komplett Ausatmen Dann wieder Einatmen Hoch Mit den Armen Höher Strecken Der Blick Ist nach Vorn Gerichtet Ausatmen Nach hinten Gehen Hund 5-10 cm Nach vorne Steigen Im Hund Durchstrecken Die Handflächen Haben festen Kontakt Zum Boden Einatmen Links Vor Durchstrecken Langsam Ausatmen Hier nochmal Ein Und Ausatmen Einatmen Rechter Fuß Ran Uttanasana Beine Durchstrecken Den Kopf tiefer runter Hier Ein Und Ausatmen Langsam Einatmen Hoch Ausstrecke Von den Fersen Bis zu den Fingerspitzen Den ganzen Körper Durchgestreckt Und Langsam Ausatmen Arme Namaste In der geraden Position Ein Und Langsam Ausatmen Wir legen uns hin Und entspannen uns Einige Zeit Rag Ausatmen Vielen Dank.